Ich habe keine Ahnung, was passiert ist und ich will es so ehrlich, ich kann es so gar nicht wissen. Der Ball rollt immer langsam, also ganz, ganz langsam immer weiter zu uns. Boah. Ach. Oh, ich schlipp. Aus den Rollen. Oh, ich schlipp. 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 Hi War bestimmt ein Pfadfinder So steh ich auch immer da, wenn ich nur drei Stunden geschlafen habe und irgendwas vorhabe und zu einem Termin muss Granda! Nee, sie hat leider keine Papiertüte auf dem Kopf Da steht sie Okay Und dann lass ich auf mich erschrocken Da kann ich einfach hin, wa? Okay Er macht Sport Er macht Synaps Bauchmuskel trainieren Ja, er wurde ja eben schon gezogen Geil 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 gleich ein baby raus weiß man nicht so ja ich weiß auch nicht wo sie guckt aber i hate my fucking life jetzt lustig wie der ball ganz langsam immer weiter rollt also ich meine ich kann nichts dagegen sagen ich würde sie auch anbeten so ist es nicht ne also ich meine schule rein Nutz! Shut up! Kann ich zurückgeben. Ja! Kann ich zurückgeben. Shut up! Ich kann leider nichts verstehen. Zum Schluss die, die verstanden aber. Mehr konnte ich nicht verstehen. Oh! Na, das ist ja das Foto, ne? Welches? Welcher Raum? Muss ich rausfinden, welcher Raum? Gerade irgendwas aufgeschlossen. Oh, ich hab jetzt... Oh, ich hab jetzt... Oh! Aber ich hab bisher noch keinen Schreibtisch gesehen, der neben der Tür gestanden hat. Aber... Nein! Nein! Ich kann nichts machen! Ich kann nicht still sitzen, was soll ich tun? Okay. Habe ich Glückwunsch zu einmal nichts. Ah, da ist die Tür, ja. Wir schauen uns aber erstmal um. HNO3? Ist das Bleiche? Wir machen mal als erstes das Foto hier. Ne, es hat nichts gebracht. Ich würde mich gerne erstmal umschauen. Gut. Ja, mach die Tür wieder zu. Okay, da ist noch ein Foto. Wir nehmen erstmal das offensichtliche Foto. Von hier ungefähr, wa? Das ist nicht eher außer Dusche. Okay, dann schauen wir uns jetzt das Foto an. Der Schreibtisch passt sowas von gar nicht in dieses Zimmer einfach. Ui! Achso, ja, ne. 28. Februar 93. Bei der war das nicht. Ah! Hier! Dankeschön! Das habe ich voll übersehen. Ungefähr so, wa? Ja, na klar! Warum nicht, Maxi? Ich muss wahrscheinlich in den Schrank gucken. Es gibt eine teure Glühbirne Rechnung. Ich bin nicht... Okay, da brauche ich einen Schlüssel. Okay. Ah! Oh! Oh, guck mal hier. 10. Juni 87. 10. Juni 87. 5. 2. 1. 4. 5. Das hier war. Ich habe gar nicht alles zu k calamern. Ich bin nicht immer gut. Das ist das dran. Ich bin immer gut. Ich bin ohne Папurte. Ich bin nicht schon zutraubt. Ich bin nicht immer gut. Ich bin einfach damit. Wir machen immer die Klamer sind. Das ist das alles. Ich bin einfach. Haben wir jetzt noch irgendwie was Neues, oder? Hä? Das war das Bild noch. Okay. Ah, okay. Darauf drücken. Gut. Bilder kennen wir schon. Herzlich willkommen im Video, Sie sind nun Hauptdarsteller. Boah, ich hab Katzenhaar in der Nase. Da ist wieder der Stuhl. Äh, spiel ich morgen an, Wiff. Nein, dem Stuhl komme ich nicht vorbei. Ich will da nicht rein. Ich muss da rein. Muss ich? Sag ich doch, da hat sich jemand erhangen. Es war Mama. Ja. Papa steht daneben. Puh. Geist Tattoo gemacht. So oder so geht's Mama nicht gut. Alter. Ich bin, ich bin nur noch eine Pfütze. aus Pipi und Schweiß. Ich bin jetzt echt nur noch eine Pfütze aus Pipi und Schweiß, Alter. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und es ist nur noch eine Pfütze, Alter. Ich will nicht mehr per dich anfangen. Ich will nicht mehr aufgreifen. Mama?